Wie erzeugen wir Energie, ohne dem Klima zu schaden? Wie heilen wir Krankheiten zum Wohle der ganzen Welt? Wie entlocken wir Materie ihr enormes Potenzial? Welche Technologien haben die Kraft, unser Leben zu verbessern – heute und in naher Zukunft? Um Fragen wie diese, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen, vereinen wir exzellente Forschung und innovative Technologie in einer starken Gemeinschaft. Dabei setzen wir auf weltweit erstklassige Labore und Geräte, Spitzenleistungen, Vertrauen und langfristig finanzierte Projekte. Vor allem aber lebt unsere Gemeinschaft von der Exzellenz und den Ideen der Menschen, die hier eng zusammenarbeiten. Wir schließen Partnerschaften über Disziplinen, Organisationen, Kulturen und Kontinente hinweg. Dabei eint uns ein Ziel – durch Wissenschaft und Forschung die Grenzen des Machbaren immer weiter zu verschieben. Gemeinsam verändern wir so die Welt von heute und verbessern das Leben künftiger Generationen. Wir sind Helmholtz. Gemeinsam schaffen wir Fortschritt durch Forschung und meistern die großen Herausforderungen unserer Zeit. Werte Gäste, der Applaus gilt Ihnen, denn Sie sind Helmholtz und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Helmholtz-Jahrestagung, also zu Ihrer Jahrestagung. Ihnen, die Sie hier in Herzen Berlins dabei sind und auch Ihnen, da schaue ich mal in die Kamera, die uns über den Livestream verbunden sind. Wir kennen uns noch nicht, ich bin Tanja Samrotzki. Ich freue mich, dass ich Sie durch einen Abend führen kann, der Herausforderungen als Inspiration begreift und der auf Partnerschaften setzt. Und ich fühle mich geehrt, dass ich die ersten Verknüpfungen heute Abend schon machen kann. Die eine ist die zu Ihnen und die nächste ist die zu Ihrem Gastgeber. Und den bitte ich jetzt zu mir auf die Bühne, Professor Doktor Ostmar Wiesler, den Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft. Lieber Herr Wiesler. Hallo. Danke für die Einladung. Herr Wiesler, ich finde, das ist eine ganz schöne Aussicht von hier oben. So viel höher sind wir nicht, aber wir sind ziemlich weit. Und ich habe den Eindruck, die Vielfalt Ihrer Gäste, die spiegelt auch die Vielfalt Ihrer Gemeinschaft wieder. Stimmt das? Ja, das ist so. Helmholtz ist vielfältig in jeder Hinsicht. Wir beschäftigen uns mit sehr unterschiedlichen Forschungsthemen und in jedem dieser Forschungsthemen ist eine eigene Community. Wir sind international. Wir sind sehr stark vernetzt mit Partnern in der Wissenschaft, mit Partnern in der Politik, mit der Öffentlichkeit und alle sind heute Abend dabei. Okay. Sie scheuen keine Herausforderungen, das sehen wir schon, weil die da ja auch benannt sind die Challenges. Und wir wissen alle, an Herausforderungen mangelt es nun wahrlich nicht in dieser Zeit. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Natürlich. Aber ich finde umso schöner, dass Sie sich entschieden haben, mit einem Blick auf die Chancen zu beginnen, weil die gibt es ja auch. Ja, also ich glaube, viele von uns empfinden, dass wir haben eine ganz eigenartige Stimmung in diesem Land. Ständig ist die Rede von Zukunftsangst, von Bedrohungen und ich glaube, wir brauchen einen Mentalitätswechsel. Jetzt ist eine Zeit, wo wir nach vorne schauen müssen, wo jeder und jede von uns sich überlegen muss, was kann ich eigentlich tun, um endlich wieder Schwung in dieses Land zu bringen. Und wir versuchen das natürlich durch das, was wir am besten können, nämlich Spitzenforschung, um einige der wirklich großen Themen anzugehen. Das heißt Energiewende, die großen Herausforderungen in der Gesundheit, Mobilität, digitale Transformation und so weiter. Sie haben so viele Aspekte jetzt angesprochen, dass es nicht parteilich war, dass Sie die Gesundheit auch erwähnt haben. Aber jeder hier im Raum weiß vermutlich um Ihren medizinischen Background und Sie haben mir leichtfertigerweise verraten, was Sie eigentlich bewogen hat, sich auf die Forschung zu konzentrieren, dass Sie nämlich keine Lust mehr hatten, längere Arztbriefe zu diktieren. Ja, das war ein Motiv. Aber das wirkliche Motiv war ein anderes. Als Medizinstudent oder junger Mediziner bekommt man einen tiefen Einblick in die Medizin. Und bei mir war das Anfang der 80er Jahre, da war eines völlig klar. Wir verstehen viel zu wenig über diese ganzen Krankheiten, die wir zu behandeln versuchen. Und das war für viele von uns damals die Motivation zu sagen, wir gehen jetzt primär in die Gesundheitsforschung und versuchen dem Problem zunächst mal auf den Grund zu gehen und später dann natürlich das, was wir lernen in der Forschung in die Medizin zu übertragen. Das ist ja auch so ein bisschen die Mission der Helmholtz-Gesundheitsforschung. Und ich bin ganz froh, dass Sie jetzt zumindest etwas Gutes an langen Arztbriefen gefunden haben, nämlich das hat diesen schönen Wechsel ermöglicht. Herr Wieser, als Gastgeber stellen Sie den Abend in den Geist von Partnerschaft, von Vernetzung. Mussten Sie lange darüber nachdenken? Sie hatten ja fast 365 Tage Zeit zu überlegen, was machen wir denn dieses Jahr? Ne, da haben wir nicht lange drüber nachdenken müssen. Das ist natürlich ein Thema, was uns ständig beschäftigt. Wenn man an so komplexen Themen arbeitet wie wir, Krebsproblem besser verstehen, Mobilität auf allen Skalen bearbeiten, das Erdsystem insgesamt in den Blick nehmen, dann lernt man sehr schnell, dass wir vieles nicht alleine lösen können. Sondern wir sind essentiell davon abhängig, dass wir mit Partnern kooperieren nach einer ganz einfachen Philosophie. Wir versuchen die besten Partner zu finden und mit denen tun wir uns zusammen. Von daher ist dieses Partnerschaftsthema eigentlich in der DNA von Helmholtz. Das ist ein wunderbares Motto für eine Jahrestagung wie die heutige. Ist in der DNA von Helmholtz, ist auch hier im Saal. Hier sind ja ganz viele von Ihnen aus unterschiedlichen Bereichen, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Politik. Und ich freue mich, dass ich nun eine Ihrer wohl wichtigsten Partnerinnen aus der Politik auf der Bühne begrüßen darf. Herzlich willkommen der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen Bettina Stark-Watzinger. Frau Ministerin, dürfen wir Sie ins Wohnzimmer einladen? Ins Helmholtz-Wohnzimmer. Herr Präsident, gehen Sie doch mal voran. Sie kennen sich ja hier am besten aus. Wir nehmen die Lady in die Mitte. Sie nehmen wir gerne in die Mitte. Moderationskarte. Ja. Es ist wirklich ein bisschen Wohnzimmer-Atmosphäre, sobald man Teppich unter den Füßen hat. Ich bin gleich entspannt. Ja, liebe Frau Stark-Watzinger, darf ich Sie auf eine kurze Zeitreise mitnehmen und in den Juli beamen. Da haben Sie sich nämlich gesehen, Sie beide in Tel Aviv. Vielleicht erscheint jetzt Strand vor Ihren Augen. Nein, darum ging es nicht. Sie haben sich beim Helmholtz Innovation Summit gesehen. Und das war, die Unruhe im Land war ja sehr spürbar, auch gerade unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und Sie haben dann ein Zeichen gesetzt, in dem Sie die Wissenschaft gewürdigt haben als Kraftzentrum der Demokratie. Das war damals in Israel besonders gültig, aber es gilt eigentlich überall, oder? Absolut. Also die Wissenschaft zeichnet sich ja durch etwas aus, dass sie lebt davon, Dinge zu hinterfragen, neugierig zu sein und eben auch neue Wege zu gehen. Und deswegen ist die Wissenschaft, die Universitäten, die Hochschulen, die Forschungseinrichtungen sind deswegen auch oft Treiber nicht nur von Innovationen, wir brauchen in Technologie oder in gesellschaftlichen Fragen, sondern auch wirklich in der Gesellschaft. Und deswegen ist es auch so immens wichtig, dass diese Wissenschaftsfreiheit gelebt wird. Wenn Sie in den Iran schauen, wenn Sie in andere Länder schauen, dort geht oft dieser Drang nach Freiheit und eben diesen Fortschritt und Zukunft geht oft von diesen Wissens, ja Wissenshubs, also diesen Kernen aus. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen ist auch wichtig, dass wir mit den Wissenschaftlern uns ausgetauscht haben in Israel und dort war auch der klare Wunsch an uns, dass wir uns klar positionieren und dafür auch die Stimme erheben. Und das tun wir gerne. Ja, der klare Wunsch, den Sie da benennen, der kam ja unter anderem vom Unipräsidenten in Tel Aviv von Ariel Porath, der warnte, erst kommt die Justiz, die eingeschränkt wird und dann die Wissenschaft. Und diese Sorge des Unipräsidenten und ihr gemeinsamer Besuch, Herr Wiesler, beim Weizmann-Institut haben deutlich gemacht, Forschung ist kein Elfenbeinturm. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen angesichts dessen, was gerade los ist in der Welt für die Wissenschaft? Naja, ich glaube, die allergrößte Herausforderung für die Wissenschaft global ist wirklich Lösungen zu entwickeln für einige der großen Probleme, die uns bedrohen. die sind übrigens jenseits von Kontinenten, politischen Systemen. Da ist ganz sicher das Thema, wie kommen wir zu einem wirklichen Verständnis des Klimawandels und entwickeln Lösungen, damit umzugehen. Ich glaube, wir brauchen dringend bessere Ansätze, um ein völlig neues Energiesystem aufzubauen. Die beiden Dinge hängen übrigens zusammen. Es ist auch eine unglaubliche Zukunftschance für ein Land wie Deutschland. Ich glaube, die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, es gibt globale Bedrohungen der Gesundheit. Den können wir uns noch sehr viel besser nähern, als wir das bislang tun. Und ein anderes Thema, glaube ich, was voll auf uns zukommt, ist die ganze datenbasierte Forschung. Wir erleben eine digitale Revolution, die in alle Lebensbereiche reingehen wird, die unsere Forschung ganz entscheidend befruchten wird. Und auch da, glaube ich, müssen wir uns schleunigst auf den Weg machen, um einfach schneller vorwärts zu marschieren. Und das ist übrigens kein deutsches Thema, das ist wirklich global. Wir werden auf vieles davon ja noch zu sprechen kommen, wenn Sie sich mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaft unterhalten, über große Zukunftsthemen, die die Forschungspolitik des Landes bestimmen, sind praktisch dieselben. Und im besten Falle arbeiten ganz viele gemeinschaftlich an Lösungen. Frau Stark-Watzinger, es scheint gerade schwieriger geworden zu sein, verlässliche Partner zu finden. Wie finden wir die und wie stärkt man die Zusammenarbeit? Also Professor Wiesler hat es ja gerade gesagt, die globalen Herausforderungen können wir auch nur global lösen. Und die Wissenschaft ist international und das ist auch gut so. Die Wissenschaft steht natürlich auch immer mehr in dem Zeichen der geopolitischen Veränderungen, die stattfinden. Und wir werden ja auch noch eine Kino tören, beziehungsweise auch die Expertise nutzen können. Wissenschaft hat da auch insofern eine Rolle, weil es meistens das Erste ist, was kommt, eine Brücke baut und das Letzte ist, was geht. Und trotzdem ist natürlich auch mit Blick auf die wissenschaftliche Kooperation, darf man keine Naivität an den Tag legen. Weil natürlich Länder, die eben nicht die Wissenschaftsfreiheit haben oder die neuen Technologien, die im Augenblick ja gerade im Aufbau sind, sei es eben künstliche Intelligenz oder auch andere Technologien, eben gegen Menschenrechte und gegen demokratische Prinzipien einsetzen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, also nicht die Naivität und dass man dann auch mit Blick auf, mit wem arbeite ich, in welchem Bereich zusammen, eben auch die Verantwortung übernimmt, dass hier eben auch diese Freiheit, die wir ja als Wettbewerbsfaktor haben, dort nicht gegeben sind. Und die Verantwortung, dass man eben auch nicht dazu beiträgt, dass etwas eingesetzt werden kann gegen unsere Werte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Wertepartner, die wir haben, die also unsere Werte teilen, dass wir dort die Kooperation verstärken, intensivieren, weil man steht natürlich auch mit Blick auf wissenschaftliche Erkenntnisse und wissenschaftlichen Fortschritt im Wettbewerb und dass wir die Brücken so lange wie möglich und natürlich auch so intensiv wie möglich aufrechterhalten, aber eben mit bestimmten Leitplanken. Sie haben den Wettbewerb angesprochen, also bei aller Kooperation, bei aller Partnerschaftlichkeit ist es in der Forschung doch letztlich, Herr Professor Wiesler, nicht anders als beim Fußball. Die besten Player hatten wir gerne im eigenen Team nach Möglichkeit. Ja, wir sind natürlich ständig in diesem Spannungsfeld zwischen Kooperationen auf der einen Seite und Wettbewerb auf der anderen. Was wir wahrnehmen, ist, dass sich das ganze internationale Forschungsparkett im Moment bewegt. Es ist völlig klar, dass jetzt eigentlich mal wieder eine Stunde wäre für den europäischen Forschungsraum, der im Grunde viel zu bieten hat, aber natürlich auch viele Schwächen aufweist. Deshalb ist es auch so wichtig, dass endlich Länder wie England, Israel und die Schweiz sich wieder stärker, sagen wir mal, dem europäischen Kontext annähern. Ich glaube, dass ein Prime-Partner für uns nach wie vor die USA sein werden. Die sind die stärkste Forschungsnation der Welt, die haben enorm nochmal Auftrieb bekommen, jetzt gerade in den letzten Jahren. Und wir müssen uns auch Ländern zuwenden, die wir vielleicht so ein bisschen vernachlässigt haben, wenn Sie an Südostasien denken, Japan, Südkorea, Singapur, Ozeanien, Australien. Sie waren auch in Australien gewesen, Neuseeland. Also ich glaube, da wird es viele neue Impulse geben und auch die ein oder andere neue Partnerschaft. Wobei am Ende in diesem internationalen Wettbewerb der Wissenschaften werden es drei Blöcke sein. Hoffentlich ist Europa ein wesentlicher Player dabei, das ist unsere eigene Heimat irgendwo. Die USA und Nordamerika werden sehr, sehr stark in diesem Bereich weiterbleiben. Und dann kommen natürlich starke Spieler aus Asien. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass China in vielen Bereichen an die Spitze strebt oder die Spitze bereits erreicht hat. Da klang so ein bisschen mit, also Sie haben die Hoffnung geäußert, dass Europa da auch vorne ist. Da klang aber die Sorge auch so ein bisschen durch. Und Sie hatten ja auch den Konjunktiv benutzt. Sie haben gesagt, eigentlich wäre es an der Zeit, dass Europa da gut zusammenarbeitet. Und Sie haben gesagt, eigentlich wäre es an der Zeit. Höre ich das richtig, dass Sie da ein bisschen Luft nach oben sehen? Ich bin ein bisschen skeptisch, was Europa angeht, eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen ist Europa extrem heterogen. Es gibt vier oder fünf Länder, die wirklich stark sind in Forschung, Entwicklung, Innovation, übrigens auch in Bildung. Und es gibt eine große Zahl von Ländern, die eigentlich in diesem internationalen Wettbewerb nicht in der vorderen Gruppe dabei sind. Und wir müssen das europäische System insgesamt weiterentwickeln. Das zweite Problem, was ich sehe, ich glaube, dass die Kommission bisher das Thema Forschung, Entwicklung, Innovation, Anziehungskraft auf Talente nicht wirklich im Fokus hat. Es wäre ein wunderbares, übergreifendes Thema für eine neue Europäische Union. Und das hier zu dem Magneten zu machen für Talente und einem der größten Motoren für Forschung und Entwicklung. Aber ich glaube, wir teilen diese Sichtweise, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Ja, bin ich gespannt, ob Sie die Sichtweise teilen, Frau Stark-Watzinger. Und vielleicht können wir auch noch einen allgemeinen Blick werfen auf Rahmenbedingungen für exzellente Forschung. Sie haben ja, das wissen Sie vielleicht gar nicht, werte Gäste, ich habe das erst in der Vorbereitung gelernt, dass Sie selbst mal ein Forschungsinstitut geleitet haben. Nur die Geschäftsführung. Geschäftsführung, ja, 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 aber immerhin, also Sie kennen die Probleme in der Praxis und haben da sicher auch mitgekriegt, welche Rahmenbedingungen hilfreich sind und welche schädlich. Und vielleicht können Sie das ja im besten Fall in politisches Handeln umsetzen. Ja, ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Also das eine nochmal mit Blick auf Europa absolut richtig, weil wenn wir uns international mit einem Raum wie China messen, dann müssen wir eigentlich Europa als Basis nehmen. Und wir arbeiten ja in Europa schon sehr, sehr gut zusammen. Wir haben auch die großen Forschungsförderprogramme. Aber wir können natürlich jetzt vor dem Hintergrund der Veränderungen, die da sind, müssen wir es nochmal wieder weiterentwickeln. Und das wird die Aufgabe sein in den nächsten Jahren. Sehr viel bilaterale Beziehungen gibt es innerhalb Europas, einfach durch die Nähe und auch die lange Tradition der Zusammenarbeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt wirklich geschafft wurde. Da haben wir uns lange eingesetzt dafür im Ministerium. Und ich habe das auch immer wieder zur Sprache gebracht, dass jetzt Großbritannien wieder Teil von Horizon Europe ist. Denn Großbritannien war und ist und wird ein starker Forschungsraum sein. Und die Wissenschaft soll nicht darunter leiden, dass politisch vielleicht falsche Entscheidungen getroffen werden. Das ist ganz wichtig. Und die Schweiz ist eigentlich Next Step, dass man da auch die Hürden noch beiseite räumt. Und auch mit Blick auf Innovationsräume, denn wir haben hier diesen großen Markt und die große Möglichkeit, auch die Innovation auszurollen. Und da müssen wir die bürokratischen Hürden abbauen als einen Punkt. Jetzt zu dem, was habe ich denn damals erlebt? Also ich dürfte auch Berichte schreiben, von denen ich nicht weiß, ob jemand Sie gelesen hat. Eine Art Arztbrief. Also was ich sagen muss, es waren die zehn schönsten Berufsjahre, außer natürlich jetzt, was ich machen darf, weil es immer sehr spannend war und sehr abwechslungsreich war. Und eben auch diese Motivation, die in der Forschung ist und dieses Ziel, jeden Tag was voranzubringen, das ist schon sehr motivierend. Und sowas habe ich gelernt, dass die Forschung dann gut ist, wenn man den Freiraum lässt. Also ich mache es jetzt mal vielleicht etwas übergeordnet, den Freiraum lässt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in Deutschland die Grundlagenforschung finanzieren und zwar frei finanzieren, mit einer verlässlichen Basis in der Finanzierung, neben anderen Fördermöglichkeiten. Und das Zweite ist, dass wir jetzt schauen, diese Hürden abbauen. Daten ist schon gefallen. Die Zukunft der Wissenschaft liegt in der Datennutzung. Wir haben damals auch angefangen mit einem kleinen Datenlabor. Das aufzubauen und dort die Hürden, sei es mit Blick auf Datenschutz oder auch Zugang zu Daten. Deswegen werden wir auch das Forschungsdatengesetz noch auf den Weg bringen in diesem Jahr. Dass wir also so die Bausteine, die die Wissenschaft braucht, die Zutaten, die sie braucht, dass wir das ermöglichen. Das Zweite ist wirklich, die bürokratischen Hürden so minimal wie möglich zu halten, damit viel Zeit in Kreativität geht und wenig in Bürokratie. Auch da werden wir noch in diesem Jahr das, was unsere Förderlinien angeht. Und das Dritte ist, wir müssen interessant sein für internationale Forscher. Die jungen Forscher sollen auch mal vielleicht in ein anderes Land gehen und international sich bewegen, aber auch gerne wieder zurückkommen oder eben internationale Forscher auch zu uns holen. Das heißt, gute Infrastrukturen zur Verfügung stellen, die Freiheit zu forschen und überhaupt wettbewerbsfähig zu sein mit Blick auf andere Standorte. Okay, danke. Jetzt haben Sie so ein paar Hürden benannt. Herr Wiesler, trotzdem gelingt es Ihnen im Helmholtz-Universum, fruchtbare Partnerschaften zu bauen. Was sind für Sie Beispiele, die Sie gerne beleuchten wollen, weil die so schön funktionieren von Partnerschaften? Ich hatte ja vorher gesagt, wir haben da einen ganz einfachen Ansatz. Wir suchen uns für das jeweilige Thema die beste Konstellation und den besten Partner, den wir finden können. Manchmal sind es Partnerschaften an einem Ort. Die gibt es an zahlreichen Orten. Eine, die mich oft besonders beeindruckt, ist diese sehr enge Verbindung, die es mittlerweile gibt zwischen dem DAISY-Forschungszentrum in Hamburg und der Universität. Da entsteht eine ganze Science City um diese beiden Partner herum. Ich glaube, das ist gelebte Partnerschaft in der Dimension, die wir brauchen. Wir brauchen aber auch Partnerschaften, die über die Wissenschaft rausgehen. Gerade in einem Land wie Deutschland, wo die Bedingungen für Ausgründungen und Start-up-Unternehmen bei weitem nicht so günstig sind wie in den USA oder in Israel zum Beispiel, glaube ich, müssen wir mehr dafür tun, dass es kluge Partnerschaften gibt zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite und der Wirtschaft auf der anderen. Da steckt eine Menge Potenzial drin für unser Land. Da ist eine, die mir immer wieder in den Sinn kommt, ich auch häufiger besucht habe, ist dieses Innovationszentrum, was Zeiss und das KIT gemeinsam in Karlsruhe aufgebaut haben. Und das ist wirklich erfolgreich und lebt. Wir brauchen die Partnerschaften aber auch international. Da ist eine, die mir natürlich mit am meisten Freude bereitet, die, die wir gemeinsam besucht haben in Rehobot. Dieses wirklich faszinierende Spektrum von Langfrist-Kooperationen, die wir mittlerweile zwischen Helmholtz-Zentren und Weizmann-Institut haben. Ich habe gerade nach oben geguckt, weil wir sind uns so nah. Sie sind aber, sehe ich mit Freude über das Bild, auch sehr nah, weil Ihre Augen da richtig leuchten, wenn Sie davon, das haben Sie bestimmt auch gesehen. Zum Schluss mit Ihnen beiden gerne noch einen Blick auf die große Revolution, die wir ja gerade erleben, die digitale Revolution, die nicht etwa kommt, sondern wir sind mittendrin. Was ist wichtig, damit wir die gemeinsam gut gestalten können? Ja, die Grundlage ist natürlich auch hier wieder die exzellente Wissenschaft und da sind wir in Deutschland gut aufgestellt mit der KI-Revolution und der Wissenschaft. Da sind wir unter den Top-Ländern, was nicht heißt, dass wir aufhören sollen, auch hier Ambitionen zu haben und da gibt es ja auch viele tolle Ansätze und viele tolle Zentren und Universitäten bei uns im Land. Und das Zweite ist, dass wir aufbauen können auf das, was in der letzten Legislaturperiode geschaffen wurde mit der KI-Strategie, die in ihrer Grundlage, wo sie sagt, wir brauchen die Talente, wir brauchen die Infrastrukturen, wir brauchen den Transfer vom Wissen, an sich in der Grundanlage das alles adressiert, was man braucht und auch Grundlagen gelegt hat. Zum Beispiel war ja ein Ziel, 100 KI-Professuren zu schaffen. Wir sind jetzt bei 150 zusätzlichen KI-Professuren. Also da sind wirklich die Entwicklungen vorangegangen. Jetzt wird es darum gehen, eben auch ins Tun zu kommen, ins Tun zu kommen im Sinne von das Wissen nutzen. Und Herr Wiesler hat es angesprochen, da ist bei uns ja, wenn wir immer über Innovationsökosysteme und dann gerade auch noch die Kraft, die in der Ausgründung liegt, auch wenn im KI-Bereich ja überproportional viele der Start-Ups aus der Wissenschaft kommen, was auch gut ist in dem Bereich, was auch ein Qualitätsmerkmal ist und da müssen wir jetzt stärker die Brücken bauen. Und das soll jetzt geschehen, indem wir eben wirklich in Aktion treten. Das hat auch was damit zu tun, eine KI muss trainiert werden, gefüttert werden. Das heißt, die Daten, es wird um die Infrastrukturen gehen, die braucht man. Da ist Helmholtz ja auch sehr aktiv. Und dann wird es eben auch darum gehen, dieses Ökosystem aufzubauen. Und da kann der Staat nicht alles, aber er kann ein Ermöglicher sein, dass wir jetzt wirklich das, was wir wissen, auch umsetzen in die Hände, in Produkte und in tolle neue Innovationen, sei es soziale Innovationen, die auch KI-getrieben sein können oder technologische Innovationen. Beides gehört zusammen. Jetzt haben Sie vom Ökosystem gesprochen. Ich glaube, die Helmholtz-Gemeinschaft ist ein sehr aktiver Teil in diesem Ökosystem. Und ich vermute, Herr Wiesler, so wie ich Sie bisher jetzt erlebt habe, dass Sie auch mit Blick auf die künstliche Intelligenz eher die Chancen sehen als die Gefahren. Regulierung ist auch ein Thema. Ja, absolut. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit, dass wir wirklich dieses Gebiet jetzt mit Kraft aufnehmen. Weil die internationale Konkurrenz ist da unglaublich schnell unterwegs, wird natürlich wieder dominiert von den USA. Wenn Sie diese ganzen Chat-GPT-Entwicklungen und die Generationen, die jetzt bereits danach kommen, sehen. Und ich glaube, unser Ziel muss es sein, dass wir sehr schnell auf dem Feld jetzt interessante Anwendungen entwickeln, in ganz unterschiedlichen Domänen. Das braucht wieder Partnerschaften. Man braucht für diese generative künstliche Intelligenz am Ende immer drei Dinge. Es braucht Datensätze, die gut sind, überprüft, wachsen. Ich glaube, die haben wir in vielen Domänen, auch mit Programmen, die wir bundesweit ausgerollt haben. Es braucht zum Zweiten natürlich sehr viel Kompetenz auf dem Gebiet KI und KI-Anwendungen. Da brauchen wir mehr. Wir brauchen vor allem junge Köpfe. Ich glaube, wir müssen eine völlig neue Generation von jungen Datenwissenschaftlern ausbilden, so wir das in unseren Research Schools zum Beispiel anpacken, die nicht nur KI können, sondern sich auch in einem Forschungsfeld oder einem anderen Feld wie der Finanzwelt auskennen. Und das Dritte, was wir brauchen, das wird oft unterschätzt in dem Kontext, es braucht sehr, sehr viel Rechenleistung. Compute Power auf Neudeutsch. Aber auch da sind wir gerade außeruniversitär ganz gut aufgestellt. Und ich glaube, Ziel dieses KI-Aktionsplans muss es sein, dass wir diese Bausteine jetzt immer wieder zusammenbringen und an konkreten Beispielen das mal ausloten. Kleines Nebenprodukt wird übrigens sein, dass die Arztbriefe in Zukunft alle von JetGPT geschrieben werden, die wird keiner mehr diktieren. Das ist doch ein wunderbarer Ausblick. Ist aber heute schon soweit. Da habe ich noch eins, das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, weil ja oft wird man dann auch in Interviews gefragt, sind wir abgehängt als Deutschland? Nein, das sind wir nicht. Wir haben alles, was wir brauchen und wir werden auch unseren eigenen Weg finden. Sie haben ja gerade die Vertrauenswürdigkeit angesprochen und Ähnliches. Aber wir müssen jetzt eben das, was wir an Zutaten haben, müssen wir zusammenbauen und da arbeiten wir zusammen dran in Partnerschaften. Wie schön, eine weitere Partnerschaft. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Wir sehen uns noch, Herr Wiesler, Ihnen sage ich vielen Dank und hoffe, wir sehen uns gleich auch noch, Frau Stark-Watzinger. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, werte Gäste, wir hatten das Duett der beiden gerade begonnen mit einem Blick auf Israel und die Ministerin hat es schon angedeutet. Wir werden jetzt den Blick vertiefen auf die globale Großwetterlage mit einem Mann, der die internationale Zusammenarbeit seit Jahrzehnten mitgestaltet. Ob als Staatssekretär im Auswärtigen Amt, als Botschafter in Washington und London, als langjähriger Gastgeber vor allem der Sicherheitskonferenz in München und der ist unser Keynote-Speaker auch jetzt noch weiter verbunden als Präsident des Stiftungsrates. Dabei wollte Wolfgang Ischinger sich als junger Mann doch eigentlich ganz wissenschaftlich betätigen, nämlich im Bereich des Völkerrechts. Und tatsächlich hatte Wolfgang Ischinger es 1973 auch geschafft mit einem DAAD-Stipendium bis nach Harvard in ein Forschungsprojekt und sein Professor agierte allerdings etwas leichtfertig und schickte Wolfgang Ischinger als Praktikant zu den Vereinten Nationen. Und da wurde er dann eiskalt abgeworben, also auch damals schon Kampf um die besten Köpfe und fand sich dann als erster Deutscher im UN-Sekretariat wieder, wo er dann später, nicht im Sekretariat, aber in der Vollversammlung der Rede des damaligen Kanzlers Willy Brandt lauschen konnte. Und wir dürfen vermuten, dass Wolfgang Ischingers enthusiastischer Applaus vielleicht auch im Protokoll verzeichnet ist. Lieber Herr Ischinger, damit ist auch Ihre Vita ein Beweis dafür, wie segensreich die Verbindung ist von Wissenschaft und Praxis. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns jetzt teilhaben lassen an Ihren Gedanken zur Weltenlage und vielleicht auch, das vermute ich, über die Rolle der Wissenschaft in dieser Zeit des Umbruchs. Von Herzen willkommen, lieber Herr Ischinger. Ja, zunächst einmal ganz herzlichen Dank an die Helmholtz-Gemeinschaft. Ich fühle mich total geehrt, hier heute dabei sein zu können. Und für ein paar Minuten, 19 Minuten und 47 Sekunden habe ich jetzt noch mit Ihnen über die Weltlage und vielleicht in der Tat auch den Zusammenhang zwischen der Weltlage und den Themen der Wissenschaft zu sprechen. Aber nachdem Sie es jetzt gerade erwähnt haben, es ist jetzt fast genau 26. September 1973, 50 Jahre her, dass der damalige Bundeskanzler Willy Brandt als erster Bundeskanzler eines neuen Mitgliedslands vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sprach. Und schon während er sprach, und erst recht nachdem er geendet hatte, passierte etwas, was nach den Statuten und nach den Regeln in der Generalversammlung vollkommen verboten ist. Es brach nämlich von der Zuschauertribüne sehr, sehr lautstarker Applaus aus. Und es drehten sich viele der Offiziellen und die Sicherheitsbeamten entsetzt um. Es gab die strikte Regel, von der Zuschauertribüne möchte man nichts hören. Die sollen gefälligst zuschauen. Der Grund für die begeisterte Reaktion der Zuschauertribüne war, dass sämtliche Plätze auf der Zuschauertribüne am 26. September 1973 von einer Delegationsreise aus meiner Heimatstadt Nürtingen besetzt waren. Es war mir gelungen, sämtliche Tickets für die Zuschauertribüne am Land zu ziehen und an diese Leute aus meiner Heimatstadt, die eigentlich nichts anderes machen wollten, als eine große einwöchige Besichtigungsreise in den USA, einschließlich New York, durchzuführen. Keiner war zufriedener mit diesem Vorgang als der damalige Bundeskanzler, der sagt, das ist ja toll, ich habe da richtigen Applaus gekriegt. Alles von Nürtingen. Also das ist, glaube ich, eine Anekdote, die zu dem Jahrestag, jetzt genau 50 Jahre, ganz gut passt. Ich will in der Tat, ich muss, um zum Thema zu kommen, natürlich ein paar Worte in der Tat über die aktuelle weltpolitische Lage reden und ich will Sie nicht langweilen mit Wiederholungen von Dingen, die Sie jeden Tag in den Zeitungen lesen oder aus dem Munde berufender Politiker gehört haben. Ich will aber sozusagen zwei, drei mahnende Punkte sagen. Ich werde gelegentlich den Eindruck nicht los, als gäbe es leider auch bei uns hier in Deutschland, auch bei uns hier in Berlin relativ viele Leute, die denken, diese Zeitenwende, die ist ja hoffentlich bald vorbei. Ja, und dann, wenn it's back to normal, und dann kann das Leben weitergehen. Ich warne vor der Vorstellung, dass die Zeitenwende mit allen ihren Folgen, direkten und indirekten Folgen, so schnell vorbei ist. Ich glaube, wir stehen erst am Anfang und wir müssen uns darauf einstellen. Ich bin ja nicht der Einzige aus der Riege der außenpolitischen oder auch sicherheitspolitischen und verteidigungspolitischen Experten, der das ständig im Munde führt. Wir müssen uns darauf einstellen, dass dieser Krieg noch lange, leider noch lange nicht zu Ende sein wird. Und schon gar nicht vor dem Ergebnis der amerikanischen Präsidentschaftswahlen, weil man bestimmt in Moskau denkt, je nachdem, was sich da entwickelt in Washington, könnte das die gesamte Lage möglicherweise kriegsentscheidend verändern. Also stellen wir uns mal darauf ein. Zweite Frage, die ich kurz anschneiden wollte, war, warum ist es eigentlich so, dass diese Zeitenwende, also der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, von Deutschland fundamentalere Kehrtwendungen, Anpassungen, keineswegs nur in der Energiepolitik erzwungen hat. Denken Sie mal an unsere Rüstungsexportpolitik. Ich bin als junger Diplomat mit dem mantraartigen Satz geschult worden, niemals wird die Bundesrepublik Deutschland Waffen, Waffen nach dem Kriegswaffengesetz, in ein Konflikt- oder Krisengebiet liefern. Stand heute sind wir hinter den USA der zweitwichtigste Lieferant von Waffen, richtigen Waffen, in die Ukraine. 180 Grad. Und die Liste, wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich die Liste ja beliebig fortsetzen. Warum hat uns das massiver getroffen, als unsere französischen, britischen, amerikanischen und sonstigen Partner? Ich glaube, man muss da ein kleines bisschen in unsere Geschichte zurückgehen. Es ist vielen jüngeren Zeitgenossen nicht bewusst oder nicht mehr bewusst, vielleicht war es ihnen nie bewusst, dass die alte Bundesrepublik Deutschland, die bis 1990 existierte, ein Anti-Status-Quo-Land war. Wir hatten den Verfassungsauftrag, den Zustand, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hatte, mit der Teilung Deutschlands, mit der Teilung Europas, zu überwinden. Das Wiedervereinigungsgebot steht in unserer Verfassung. Wir waren ein Anti-Status-Quo-Land. Und dann kam der 3. Oktober 1990, meine Damen und Herren, und plötzlich brach wie ein Wunder, wie so ein Pfingstwunder, die Erkenntnis über uns, dass jetzt quasi für uns das zumindest geostrategische Paradies ausgebrochen war. Ich war damals als Schiff des Planungsstabs im Auswärtsamt damit befasst, viele Reden zu schreiben oder jedenfalls am Schreiben der Reden mitzuwirken. Wir haben damals, 1990, 91, 93, 95, unendlich häufig in Reden des Bundeskanzlers, des Außenministers und anderer den Satz reingeschrieben, jetzt ist ja alles gut, jetzt sind wir nur noch von Freunden umgeben. Einer, der den Satz besonders gerne immer wiederholte, war der damalige Verteidigungsminister Volker Rühe. Und der Satz war ja auch nicht falsch. Und was aber passierte, sage ich jetzt im Rückblick, war mir damals natürlich auch nicht so klar, ist, dass wir in dem Überschwang, dass wir jetzt nur noch von Freunden umgeben waren, eine Liebesaffäre mit dem neu gewonnenen Status Quo entwickelten. Nachdem wir mehrere Jahrzehnte durch gegen den Status Quo ja anrennen mussten, jetzt plötzlich Liebesaffäre. Und zu dieser Liebesaffäre mit dem Status Quo gehörte natürlich auch die Idee einer sich vertiefenden, dauerhaften, nachhaltigen Partnerschaft mit Russland. Genauso wie mit den Partnern in der Europäischen Union und in der NATO. Und wir haben, weil wir so verliebt waren in diesen neuen Status Quo und in diese Partnerschaftsidee. Wir haben, und dieses Phänomen gibt es ja auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, wir haben, als der Partner Russland beschlossen hatte, nicht mehr der Partner sein zu wollen, den wir uns da so erträumt hatten, wir haben uns geweigert, das einzusehen. Nur so kann man eigentlich erklären, dass ganze Generationen von Politikern, Diplomaten, fachlichen Experten noch bis in das Jahr 2020, 2021, selbst noch nach dem Wahltag 2021, an solchen Projekten wie Nord Stream 2 glaubten, festhalten zu sollen. Also, ich will damit nur sagen, wir haben eine besondere Geschichte mit dieser deutschen Teilung, ihrer Überwindung, der wunderschönen Idee der Partnerschaft mit der frühen Sowjetunion, mit der russischen Föderation. Und jetzt stehen wir vor einem veritablen Trümmerhaufen. Für meine Generation, ich habe, Sie haben es ja vorhin gesagt, ich habe 1975 nach ein paar Jahren UNO, 1975 im Auswirkenden Amt angefangen und die Minister, die ich erlebt habe, die Vorgesetzten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, bis in die letzten Jahre, bis zu meinem Ausscheiden, wir haben gearbeitet an der Errichtung einer, so nannte man das früher, einer Friedensordnung, heute redet man eher von einer Sicherheitsarchitektur, man meint aber das Gleiche, nämlich eine nachhaltige, ganz Europa abdeckende Struktur, die Kriege eigentlich per Definition ausschließen sollte. Ein großer Trümmerhaufen. So, und was bedeutet das jetzt für uns und was bedeutet es vielleicht auch für die Wissenschaft? Ich will noch einen Punkt zuvor machen. Wenn ich mit Unternehmern, mit Unternehmen rede, dann kann man als selbstverständlich voraussetzen, dass jedes Unternehmen, zumindest jedes größere Unternehmen, einen Chief Risk Officer hat, dessen Aufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen, egal ob es um Geld oder um Rohstoffe oder um bestimmte Technologien geht, sich nicht in übergroße Abhängigkeiten, in Risiken begibt. Das Problem, das ich sehe, als langjähriger Mitarbeiter der Bundesregierung, ist, dass wir, das ist eine Erkenntnis, die sich für mich aus dieser Kriegsentwicklung der letzten Jahre ergibt, ist, dass wir in der Bundesregierung nach wie vor eigentlich keinen Chief Risk Officer haben. Ich gehöre zu denen, die seit Jahren dafür plädiert haben, wir sollten doch bitte schön den Bundessicherheitsrat ausbauen oder einen nationalen Sicherheitsrat einrichten, damit wir ein Instrumentarium haben, das frühzeitig warnen kann vor sich entwickelnden Abhängigkeiten, vor strategischen Verwundbarkeiten und Ähnlichem. Ich weiß nicht, wie viele unter Ihnen vor der Pandemie sich bewusst waren, wie stark unsere pharmazeutische Industrie von Lieferungen aus Indien, aber auch aus China abhängig war. Ich jedenfalls habe das erst durch die akuten Berichte und Mängel und Defizite erfahren, die uns da ins Haus standen. und meine Damen und Herren, was bedeutet das für uns heute? Wo sind die, hier ist das Thema Partnerschaft und Kooperation, ich persönlich glaube, dass es ganz, ganz falsch wäre, auch nur einen kleinen Schritt zu weit zu gehen in die Richtung Beschränkung der Zusammenarbeit. Ich verstehe die Risiken, ich verstehe, dass manche Angst haben vor Spionage oder vor dem Ausgenütztwerden durch autoritäre Regime und so weiter. Ich verstehe diese Sorgen und teile sie ja auch, aber ich glaube, man muss da einen Kompass haben. Und ich biete mal folgende Überlegung an. Wir hatten im Kalten Krieg im Bündnis in der NATO den sogenannten Hermelbericht. Das war ein Dokument aus den 70er Jahren zu der Frage, wie gehen wir mit dem Gegner, mit der Bedrohung durch die Sowjetunion um. Der Hermelbericht ist ein relativ langes Dokument, aber man kann die Essenz in einem Satz zusammenfassen. Die Essenz lautete, wir müssen so viel Verteidigung uns leisten und dafür aufwenden an Mitteln wie nötig und wir sollten so viel Zusammenarbeit und Dialogbereitschaft und Zusammenarbeitsbereitschaft zeigen wie möglich, also wie nötig und wie möglich. Das ist im Grunde der Kern des Hermelberichts gewesen. Ich würde den Hermelbericht einfach umdrehen auf die heutige Zeit, wenn es jetzt um Fragen der Kooperation mit China oder anderen autoritären Regimen geht und würde sagen, so viel Zusammenarbeit wie irgend möglich und nur so viel Beschränkungen wie unbedingt nötig. also das ist sozusagen mein Vorschlag, ein Hermelbericht für die Wissenschaftskooperation. Mir ist klar, das kann nur eine ganz generelle Guideline sein, aber es könnte vielleicht eine Basis sein, um sich immer wieder auch mit den Partnern so abzustimmen, dass wir auch eine gemeinsame europäische Linie zu diesen Themen finden. Ich möchte gerne, weil vorhin das Thema Europa ja auch angesprochen worden ist, möchte gerne enden mit einem Sie hoffentlich alle nicht verwundernden Plädoyer für das Europa-Thema. Es ist ja richtig, dass es hier manchmal langsamer geht und dass wir Fliehkräfte innerhalb der Europäischen Union haben, Polen, Ungarn und so weiter und dann haben die Briten uns auch noch verlassen. Ja, alles richtig. Trotzdem bleibt für mich als Außenpolitiker eines ganz, ganz klar. Es ist ja schön, dass die Bundesregierung jetzt eine China-Strategie vorgestellt hat, aber glauben Sie bloß nicht, dass die China-Strategie in Peking großen Eindruck macht. Das ist die China-Strategie eines 80-Millionen-Landes. Was wir brauchen, ist eine China-Strategie der 450 Millionen Europäer. Daran wird gearbeitet, das ist mir bewusst, das ist auch gut so. Ich will nur sagen, unsere Politik, die Handlungsfähigkeit, die wir durch die Europäische Union gewinnen wollen, das sagt ja nicht nur der Koalitionsvertrag der gegenwärtigen Regierung, das sagten auch die sämtliche Koalitionsverträge der Vorgänger Regierungen, wenn wir Handlungsfähigkeit gewinnen wollen in der Europäischen Union, dann müssen wir uns in den Stand versetzen, mit einer Stimme zu sprechen. Und es gibt kein Thema aus meiner Sicht, das dafür wichtiger ist, als die Auseinandersetzung mit China. Es kann zu keinem guten Ende führen, meine Damen und Herren. Wenn wir eine deutsche China-Politik weiter betreiben, die Franzosen haben ohnehin ihre französische China-Politik, die Briten machen ohnehin ihr eigenes Ding. Nichts ist schöner und ich weiß, ich nehme für mich eine Antwort, ein kleines bisschen weiß, weil ich mit denen so oft geredet habe, wie unsere chinesischen Kollegen denken, nichts ist schöner wie die, als wenn sie das Gefühl haben, wir können das altbekannte Prinzip Divide et Impera wunderbar gegenüber den Europäern umsetzen. Wir kaufen uns da im Hafen von Piraeus ein und dann haben wir die schon mal in der Tasche und so weiter. Also lassen Sie uns an dem Europa-Gedanken festhalten und ich würde gerne, ich habe jetzt nur noch zwei Minuten Zeit, schließen zum Thema Europa mit folgender Feststellung. Der Europa-Gedanke, den unsere Vorfahren, also Konrad Adenauer, de Gaulle und so weiter entwickelt haben und der auch noch den aktuellen europäischen Verträgen zugrunde liegt, ist der Gedanke der Integration, das immer engere Zusammenwirken der europäischen Staaten mit Visionen, die ja auch in unseren Parteiprogrammen immer wieder mal auftauchen, wie eine europäische Armee oder ein europäischer Bundesstaat und so weiter. Ich glaube, dass diese klassische Vorstellung Europas, der weiteren Ausgestaltung Europas, natürlich ihre Aktualität überhaupt nicht verloren hat, die sollten wir weiter im Blick behalten, aber es tritt eine ganz neue Aufgabe angesichts der schweren internationalen Verwerfungen die der russische Angriffskrieg, die die zunehmend aggressivere chinesische Politik, die die Unsicherheiten, die Amerika mit sich bringt, denken Sie nur an Donald Trump und seine denkbare Wiederwahl, angesichts dieser Unwägbarkeiten tritt eine neue Aufgabe für die Europäische Union dazu, die eine ganz andere Aufgabe ist als die alte. Diese neue Aufgabe hat keiner besser beschrieben als Emmanuel Macron, also schon vor vier Jahren, von einem Europe qui protège sprach, von einem Europa, das schützt. Das ist ein ganz anderes Europa als das, das wir integrativ zusammenführen, also der gleiche Traktorsitz und die gleichen Sozialregeln und so weiter. Ein Europa, das schützt, ist ein Europa, das sich, seine Bürger, seine Grenzen gegen Aggressionen schützt, das ist die Frage der Verteidigung, das ist aber auch der Schutz vor Transnational Crime, das ist schlussendlich auch der Schutz vor illegaler Migration, offensichtlich ja ein Gemeinschaftsthema für die Europäische Union. Ich glaube also, dass es sich außerordentlich lohnen würde, wenn wir als der Dickste und Größte in der Europäischen Union die Aufgabe, die Europäische Union an diese neue Mission heranzuführen, also das harmonisierende Europa, das sich selbst harmonisierende und integrierende Europa zu ergänzen durch ein sich schützendes Europa, wenn wir diese Aufgabe nicht Estland, Portugal und Malta überlassen, sondern wenn wir uns berufen fühlen, als Bundesrepublik Deutschland, gemeinsam mit unseren klassischen Partnern, wie zum Beispiel Frankreich, diese Aufgabe anzupacken. Allerletzter Satz, damit sitzt dieser Punkt, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, wann war eigentlich das letzte Mal, dass die Bundesrepublik Deutschland in Sachen Europa nicht nur große Töne spuckt, in Koalitionspapieren oder in Sonntagsreden, sondern wann war eigentlich das letzte Mal, dass wir selber einen großen Vorschlag gemacht haben, der Europa, der das Projekt Europa auf eine neue Ebene gehoben hat. Ich verrate Ihnen, wann das war, das war 1989, als in der Bundesregierung ein zweieinhalbseitiges Memorandum geschrieben wurde, übrigens bei uns im Ausdaueramt, wir waren eigentlich gar nicht zuständig dafür, über das Projekt, das inzwischen bekannt geworden ist als der Euro. Seither haben wir zwar vieles mitgetragen, aber ich würde mich freuen, wenn ich Unrecht hätte, ich kenne keine einzige große Initiative, die seither aus Bonn oder neuerdings aus Berlin gekommen ist, um Europa auf eine neue Stufe zu heben, dass Europa das schützt, das wäre eine schöne, dankbare Aufgabe für die Bundesregierung, nach 33 Jahren mal wieder einen großen Gedanken zu lancieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Herr Ischinger, vielen Dank fürs Zuhören dürfen. Immer wenn ich die Gelegenheit habe, Ihnen zu lauschen, habe ich diesen Eindruck, was Sie sagen, ist so unendlich viel ergiebiger wie das, was man in vielen Zeitungsartikeln liest oder gar in Talkshows verfolgt dieser Tage. Wirklich, wirklich inspirierend. Ich würde gern zwei Punkte kurz aufgreifen, die Sie angesprochen haben. Wir hatten in den letzten beiden Tagen eine Versammlung der Mitglieder der Helmholtz Zentren. Und da war ein Thema, wie stellen wir uns in dieser sich verändernden Welt international neu auf. Und natürlich auch, wie können wir künftige Kooperationen mit dem Partner China gestalten, der unzweifelhaft ein wichtiger Partner ist, mit dem es eine lange Tradition der Kooperation gibt und von dem wir glauben, wir müssen auf Feldern, die in unserem ureigenen Interesse sind, strategisch mit China weiter zusammenarbeiten. Natürlich zu Bedingungen und in einem Rahmen, der uns akzeptabel erscheint und den wir verantworten können. Frage an Sie auch, könnten Sie unter dem Aspekt diese HML-Regeln noch ein bisschen weiter ausführen? Haben wir noch eine Stunde? Nee, aber zwei, drei Minuten. Naja, also ich glaube, es ist in Ihrer Diskussion vorhin ja auch das Wort gefallen, wir dürfen nicht naiv sein. Und in der Tat ist das, glaube ich, im Umgang mit einem Staat wie dem modernen China natürlich ganz wichtig. Wir müssen in der Zusammenarbeit mit China, die ich sehr begrüße und unterstütze. Ich gehöre nicht zu den primären Bedenkenträgern in dieser Frage, aber wir müssen natürlich schon uns dabei immer wieder im Klaren sein, dass China nicht ein Staat ist wie die Mitglieder der Europäischen Union, dass in China jedes große und kleine Unternehmen schlussendlich unter der Beobachtung oder der Führung der Partei steht. Wir haben es mit einem ganz anderen System zu tun, das uns natürlich damit auch vor viel größere Herausforderungen und Fragen und Risiken stellt. Aber wenn man das weiß, dann glaube ich, ist mein Harmel-Prinzip durchaus keine schlechte Regel, um mit China zusammenzuarbeiten. So viel Zusammenarbeit wie möglich. Ich habe selbst in meinem Bereich in der Außenpolitik viel, Sie haben vorhin das erwähnt, die Akademie der Wissenschaften, die haben auch einen außenpolitischen Bereich. Ich habe über mehrere Jahre Gelegenheit gehabt, mit denen zusammenzuarbeiten und ich kann überhaupt nicht erkennen, dass das irgendwo irgendwie schädlich sein könnte. Im Gegenteil, ich bin auch der Meinung, es ist in unserem Interesse möglichst viele junge Chinesen Wissenschaftler nach Deutschland zu holen. Natürlich müssen wir uns sicher sein, dass wir da nicht sozusagen uns den Kuckuck ins Nest holen. Aber wissen Sie, wir dürfen es auch nicht übertreiben. Auch unsere Zusammenarbeit mit Dritten Staaten dient ja nicht in erster Linie altruistischen Motiven. Auch wir erhoffen uns, dass wir durch die Zusammenarbeit mit irgendeinem Laboratorium in den USA eigene Erkenntnisgewinne erzielen. Das ist doch selbstverständlich. Und deswegen darf man nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, ja, da könnten ja die Chinesen möglicherweise etwas mitnehmen und das wäre dann zu unserem Nachteil. So ist das Leben nun mal. Da gibt es immer ein geben und nehmen und einen give and take. Also ich bin gegen eine Politik, die in China nur den bösen Feind zieht. Ich bin der Meinung, wir sollten die Zusammenarbeit so intensiv wie möglich betreiben, wissend, dass wir nicht naiv sein dürfen und in dem Bewusstsein, dass es da Grenzen und Beschränkungen geben muss, insbesondere dann, wenn es um sicherheitsrelevante Zusammenarbeitsformen, Kooperationen geht. Aber ich würde wirklich mein Votum abgeben für eine möglichst offene Zusammenarbeit, nicht nur mit China, übrigens auch mit anderen autoritären Staaten. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es in unserem Interesse ist, jetzt sämtliche russischen Wissenschaftler sozusagen nicht mehr ins Land zu lassen und so weiter. Gegenteil. Ich würde mir genau angucken, wer das ist, aber so weit öffnen wie nur möglich und nur so weit beschränken wie unbedingt nötig aus Sicherheitsbüchern Erwägung. Zweiter Punkt liegt mir auch noch auf der Zunge. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir müssen an einem integrierten Europa arbeiten. Wir hätten da einen einfachen Vorschlag für ein Thema, was Harmonisierung bringen könnte, nämlich Europa als einen Motor für Forschung, Entwicklung, Innovation und Talent Pflege mal stärker in den Vordergrund zu stellen. Wäre auch insofern ganz sinnvoll, das ist ein Kontinent, der hat kaum Rohstoffe und ist wirklich auf Talent angewiesen. Unser Problem ist nur, mit dem Gedanken stoßen wir in Brüssel bisher auf taube Ohren. Haben Sie denn die volle Unterstützung der Bundesregierung? Natürlich. Also, ja dann würde ich die Bundesregierung jetzt mal vorschicken, die sollen, das sind doch die, sozusagen ihre Pioniere, die müssen das Feld bestellen, damit die anderen überzeugt werden. Ich kann mir schon vorstellen, wo das, wo hier Probleme liegen, in der Europäischen Union, ist natürlich immer problematisch, wenn so ein großer, übermächtiger wie Deutschland mit einem Vorschlag kommt, der dann bei den Kleinen den Verdacht auslöst, da kommt jetzt der große Bulldozer und unsere Interessen werden dann möglicherweise untergebuttert. Also, ich erinnere mich dann gerne aus meinen diplomatischen Lehrjahren an solche schlichten Sätze, die Helmut Kohl zu sagen pflegte, der damals Bundeskanzler war. ab 1982. Der sagte, also wenn du nach Frankreich fährst, dann musst du immer die Trikulore zweimal grüßen. Das ist schon mal ganz hilfreich. Also, und außerdem muss man bei allen EU-Aktivitäten, die wir betreiben, dafür sorgen, dass die Kleinen, damals gab es noch nicht 20 Kleine, damals war die Europäische Gemeinschaft noch ein bisschen kleiner, aber es gab kleine Staaten, denken Sie an Luxemburg, an Belgien, an die Niederlande, die muss man von vornherein mitnehmen und darf sie nicht überraschen, die müssen das Gefühl haben, wir sind bei denen, in Bonn oder Berlin oder in Paris, gut aufgehoben, die hören auf uns und unsere Interessen werden da nicht untergebuttert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erfahrungssatz, den man in allen Gebieten in Brüssel immer wieder in Erinnerung rufen sollte, jedenfalls nicht mit dem Bulldozer dahinfahren, sondern zu Avid in Modo. Prima, lieber Herr Ischinger, herzlichen Dank, Food for Thought, apropos Food, Herr Ischinger wird heute Abend noch ein bisschen unter uns sein, es gibt also Gelegenheit, ihn weiter in Gespräche zu verwickeln. Merci. Danke. Vielen Dank, Herr Ischinger. Ich darf das Wesentliche noch mal kurz zusammenfassen, die Bedeutung Nürtingens in der Weltpolitik ist bislang völlig unterschätzt. Professor Dr. Osmar Wiesler schaut Talkshows. Und die Redezeit von Wolfgang Ischinger sollte man grundsätzlich immer verdoppeln, egal was ist. Ja, werte Gäste, nach das Solo, glaube ich, hängt noch nach, auch Ihr Duo. Vielen Dank, Herr Wiesler. Und wir würdigen jetzt Teamwork, wie wir es auch gerade gesehen haben, in höchster Vollendung. und das macht sie alle zu Premiere-Gästen. Zum Glück sind sie adäquat gekleidet zum ersten Mal, nämlich verleiht die Helmholtz-Gemeinschaft gemeinsam mit dem Stifterverband den Helmholtz High Impact Award. Und damit würdigen beide ein interdisziplinäres Team, das mit vereinten Kräften nach Lösungen sucht, die scheinbar auch schon findet für ein Menschheitsproblem. Und diese Lösungen haben tatsächlich das Zeug zum Game Changer. Sehen Sie selbst. In unserem Projekt geht es darum, neuartige Solarzellen zu entwickeln und momentan fokussieren wir uns auf sogenannte Halogenit- Perovskite-Halbleiter, aus denen man Solarzellen bauen kann, aber auch andere optoelektronische Bauelemente. Und wir schauen uns diese Materialien auf einer fundamentalen Ebene sehr, sehr genau an. Welche Eigenschaften haben sie? Welche Eigenschaften wünschen wir uns von ihnen? Und versuchen dann daraus Solarzellen zu bauen. Ziel ist definitiv, sozusagen den Energiesektor zu revolutionieren und mit den neuartigen Materialien effizientere und kostengünstigere Solarmodule herzustellen und die dann auch an den Mann und an die Frau zu bringen und damit erneuerbare Energie für einen großen Teil der Menschheit bereitzustellen. Eine Tandem-Solarzelle ist wie ein Tandem-Fahrrad, man kann sich also vorstellen, zwei verschiedene Solarzellen sind übereinander gestapelt und teilen sich das Sonnenlicht. Die eine Schicht absorbiert speziell das sichtbare und das blaue Licht, die andere Schicht eher das rote und zusammen sind sie stärker und können mehr Energie umwandeln aus dem Sonnenlicht als jede einzelne Zelle für sich genommen. Also der wirtschaftliche Vorteil ist, dass man pro Fläche im Grunde genommen dann mehr Energie gewinnen kann und das reduziert letztendlich dann auch die Kosten für Solarzellen. Die Helmholtz-Gemeinschaft hat schon immer einen großen Fokus auf Materialforschung gehabt und Materialforschung ist natürlich interdisziplinär. Es beinhaltet Fragestellungen aus der Physik, aus der Chemie und aus den Materialwissenschaften. Um das zusammenzubringen, ist die große Kunst bei den Pyrostip-Materialien. Der Fakt, dass wir zusammenarbeiten, vier independenten PIs, vier independenten Forschungsuniten, und dass wir unsere Know-how kombinieren, war ein Teamwork. Das erste Mal habe ich davon erfahren über WhatsApp, als Michael Seliba schrieb, es hat geklappt. Sie sind mich sehr interessiert, und dann haben wir es virtuell. Vorerst ist es natürlich eine große Ehre, diesen Preis zu erhalten, den High Impact Award. Wir arbeiten ja jetzt schon seit acht Jahren zusammen, seit 2015, 2016, und haben mit das Feld gestalten können. Das war natürlich ein großes Privileg und wir freuen uns ungemein, dass dieses Thema ausgezeichnet wird. Wir planen eine große Party mit allen Studenten, die über die Jahre auch an diesen Projekten beteiligt waren und geholfen haben, unsere Ideen im Labor in die Realität umzusetzen. Es fühlt sich sehr stolz an, wenn man den Job, den man mag, und der Job, den man mag, auch an die Gesellschaft. Wenn man die Mission der Helmholtz-Photovoltaik-Forschung kurz zusammenfassen will, dann ist es ganz klar die Veränderung des Energiesektors. Denn wir werden mit diesen neuartigen Tandem-Solarzellen, die ganz kurz vor der Industrialisierung stehen, in Zukunft kostengünstige und grüne Energie für eine breite Masse der Weltbevölkerung zur Verfügung stellen können. Vielleicht ist es ein bisschen anders als beim Oscar, man weiß vorher schon, wer gewonnen hat. Ich freue mich, dass der Helmholtz High Impact Award tatsächlich eine schöne Würdigung ist für acht Jahre Teamwork. Mein Hut ziehe ich da vor und ich darf Ihnen unsere Laudatorin vorstellen. Dr. Carla Seidel heißt sie, sie ist Chemikerin und bei der BASF als Senior Vice President in der Forschung verantwortlich für Analytik, Materialphysik und Formulierung. Von ihrer Expertise profitiert auch das Strategie Advisory Board Energie der Helmholtz-Gemeinschaft. Und in diesem Jahr engagiert sie sich auch in der Jury des High Impact Awards. Diese Jury konnte sich aus Gründen nur virtuell treffen und ich glaube, es ist für Frau Dr. Seidel eine schöne Freude, dass jetzt das finale Grande tatsächlich live ist mit Gegenüber- und Menschenpartnerschaften, die man auch fühlen kann. Frau Dr. Seidel, ich bin sehr gespannt. Sie werden uns jetzt verraten, was die Jury überzeugt hat. Sehr geehrte Frau Ministerin Strack-Watzinger, Herr Professor Wiesler, sehr geehrte Damen und Herren und natürlich liebe Preisträger und Preisträgerinnen. Für mich ist es eine besondere Freude, heute Abend bei der ersten Verleihung des Helmholtz-Impact Awards hier in Berlin dabei zu sein. Und als ich gefragt wurde, ob ich diese Laudatia übernehme, habe ich sofort zugesagt und ich sage Ihnen auch warum. Gemeinsam mit dem Stifterverband der Deutschen Wissenschaft vergibt die Helmholtz-Gemeinschaft heute einen mit 50.000 Euro dotierten Helmholtz High Impact Award Wissenschaftspreis mit dem Stifterverband. Mit diesem Preis werden Talente geehrt, die ganz im Sinne der Helmholtz-Mission Spitzenforschung leisten. Über die fachlichen Grenzen hinweg, die großen Herausforderungen dieser Zeit adressierend und die das Potenzial besitzen, wir haben es vorhin gehört, als Game Changer in ihren relevanten Arbeitsgebieten zu wirken. Sehr geehrte Damen und Herren, wir alle wissen, wir müssen schneller unabhängig werden vom Einsatz und vom Import fossiler Rohstoffe. Damit die Energiewende gelingt, muss auf verschiedenen Ebenen Tempo gemacht werden. Ein besonders relevanter Aspekt ist dabei, dass wir das Sonnenlicht besser als bisher für die Energie nutzen können. Ich würde mein ganzes Geld auf die Sonne und die Solarenergie setzen. Was für eine Energiequelle. Ich hoffe, wir müssen nicht erst bis zur Erschöpfung von Erdöl und Kohle warten, bevor wir das angehen. Das ist jetzt nicht mein Statement, sondern das sagte Thomas Edison, einer der Vordenker der modernen Energiesysteme schon vor 100 Jahren. Um die Photovoltaik heute weiterzubringen, braucht es eine höhere Leistung der Solarzellen bei gleichzeitig geringeren Kosten. Die Solarzellen der Zukunft müssen hocheffizient sein, sie müssen stabil sein, nachhaltig und in Massenproduktion herzustellen sein. Mit den Perovskid-Tandem-Solarzellen lässt sich das erreichen. Im Labor erreichen sie bereits Rekordwirkungsgrade über 30 Prozent. Und der nächste Schritt ist jetzt, die Technologie schnell in die Anwendung zu bringen. Und mittendrin in diesem Technologiesprung sind unsere Preisträger. Antonio Abate, Steve Albrecht, Michael Saliba und Eva Unger. Jede, jeder für sich eine exzellente Wissenschaftlerin. Eine exzellente Wissenschaftlerin. Im Team vereint sind sie multidisziplinär und ihre akademischen Profile ergänzen sich hervorragend. Sodass sie ein Maximum an wissenschaftlichem Fachwissen aus den Bereichen Physik, Chemie und Materialwissenschaften ergänzen. Zahlreiche Publikationen in renommierten Journalen, mehr als 20 erteilte Patente und mehr als 30 finanzierte Projekte zeigen dies beeindruckend. Einzelne und gemeinsam haben Sie, liebe Preisträger, zur Entwicklung dieser hochleistungsfähigen, skalierbaren, unstabilen Solarzellentechnologie auf Perus-Skid-Basis beigetragen. Rekordverdächtige Solarzellendesigns entwickelt und Produktionsprozesse für die Massenproduktion optimiert. Die beeindruckenden Fortschritte sind bahnbrechend. Sie reichen von grundlegenden Erkenntnissen über neue Materialien und deren Umsetzung in innovative Solarzellen bis hin zu den Grundlagen einer potenziell bahnbrechenden Photovoltaik-Technologie und der Anwendung von Digitalisierung und Automatisierung, um die Forschungsarbeiten weiter zu beschleunigen. Besonders beeindruckend ist auch die einzigartige Open Access Datenbank für Perus-Skid-Solarzellen, basierend auf den FAIR-Datenprinzipien. Die Zukunft der Solarzellen wird von Ihnen, liebe Preisträger, neu geschrieben. Ich bin überzeugt, dass Sie mit Ihren Forschungsarbeiten einen großen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung auch im Kampf gegen den Klimawandel leisten. Und aus dem persönlichen Austausch weiß ich, dass Sie nicht nur großartige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind, sondern engagierende und inspirierende Forschende, die sich nicht weniger vorgenommen haben, als die großen Herausforderungen der Zukunft zu gestalten. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich, auch im Namen der gesamten Jury, zum Helmholtz-Award 2023. Herzlichen Glückwunsch und darf Sie auf die Bühne einladen. Ja, und ich darf auch Frau Ministerin Strack-Watzinger und Herrn Professor Wiesler auf die Bühne bitten. Vielen Dank. An das Thema Fundamental Properties to Record-Breaking Devices an Antonio Abate, Michael Saliba, Steve Albrecht und Eva Unger. Ich habe gehört, Steve Albrecht macht dieser Tag gerade ein Fünftausender. Ja, in Georgien. In Georgien und kann deshalb nicht hier sein. Ganz herzlichen Glückwunsch an Sie, Frau Unger. Herzlichen Glückwunsch. Und an Sie, Herr Saliba. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel für fachübergreifende Spitzenforschung durch multidisziplinäre Teams. Frage an Sie beide, was braucht es denn jetzt, um wirklich Richtung Markt sich zu bewegen? Also es braucht im Grunde genommen für jede Technologie immer vier sehr wichtige Faktoren. Die Effizienz ist in diesen neuartigen Solarzellen bereits erreicht. Und jetzt kümmern wir uns intensiv um die Themen der Stabilität und auch der Skalierbarkeit. Und gleichzeitig wird eben auch die Frage der Nachhaltigkeit dieser Materialien sehr, sehr wichtig, auch in der Grundlagenforschung. Und über die Forschung hinaus geht es natürlich bei so einer Technologie auch darum, dass sich Unternehmen dafür interessieren, um den berühmten Startup-Geist. Das heißt, vorher kam das ja auch auf, dass jemand etwas tun muss. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur verkopft in diese Sache hineingehen, sondern dass wir eine gute Startup-Landschaft begründen. Gibt es schon ein Startup auf dem Bereich, was Sie gegründet haben? Also es gibt ein Vorhaben aus meinem Haus tatsächlich, das sich darum bemüht. International gibt es recht starke Bemühungen darum und in Deutschland tut sich inzwischen auch schon mehr in dem Themengebiet. Was können wir beide tun, um das weiter zu unterstützen? Hohe, geltliche Summen. Also weiter so und ich glaube, ein möglicher Partner aus der Wirtschaft sitzt ja nachher gleich auf dem Podium. Vielen, vielen Dank, alles Gute und herzlichen Glückwunsch natürlich an das ganze Team. Vielen Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich würde sagen, Sie haben auch ein Fünftausender erklommen damit. Grüße an Herrn Albrecht. Dankeschön, Frau Seidel, fürs wunderbare Durchführen. Ja, ich bin sicher, spätestens mit Ihrer Laudatio, Frau Seidel, werden Sie jetzt auch zur Party eingeladen, von der im Film ja schon die Rede war, Frau Unger. Da nehmen wir Sie jetzt beim Wort, dass da ordentlich gefeiert wird. Werte Gäste, der High Impact Award ist eine wunderbare Brücke zu unserem Panel, bei dem es ebenfalls um Impact geht, um Partnerschaften, nämlich die auf die Wirksamkeit von Wissenschaft einzahlen. Partnerschaften, Partnerschaften von Instituten untereinander über nationale und kontinentale Grenzen hinweg, aber auch Partnerschaften mit der Wirtschaft und der Wissenschaft. Und ich freue mich auf ein besonders kooperatives Quartett jetzt und bitte zu mir auf die Bühne. Maria Leptin, Katja Mattes, Gunter Erfurt und Rolf Hadi, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir jetzt auch diese Seite der großen Bühne bespielen. So viel Platz hier bei Ihnen. So, ich darf Ihnen unser Quartett kurz vorstellen. Meine Nachbarin, Prof. Dr. Maria Leptin, sie ist Präsidentin des Europäischen Forschungsrates, ERC. Und das ist eine von der EU-Kommission gegründete Institution, die Grundlagenforschung finanziert. Als Entwicklungsbiologin mit Fokus auf die molekulare Morphogenese hat Maria Leptin unter anderem erforscht, auf welche Weise die, ich fürchte, nur bei Biologinnen beliebte Drosophila zu ihrer Gestalt findet. Die langjährige Direktorin der European Molecular Biology Organization hat mit ihrer Expertise unter anderem das Max-Dellbrück-Zentrum, das Max-Planck-Institut und das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Sie wissen, dass es eines der 18 Helmholtz-Institute bereichert. Und zu den vielen erfreulichen Partnerschaften gehört für Sie auch der kollegiale Austausch mit theoretischen Physikern, haben Sie mir verraten, über die Grundlagen von Form und Bewegung. Da kann ich mir richtig vorstellen, wie Sie da ins Schwärmen kommen. Ich mache diese Vorstellung deshalb ein bisschen ausführlicher, liebe Gäste, weil das, glaube ich, ganz schön aufzeigt, wie Sie alle vernetzt sind, mit wem Sie schon gearbeitet haben, wie das alles zusammenhängt. Und deshalb erlauben Sie mir diese Freude. Ich darf Ihnen vorstellen, Dr. Gunther Erfurth, der ist CEO von Meierburger. Das ist ein Unternehmen, das sich zu Recht als technisches Rückgrat der Solarbranche bezeichnet. Und diese Branche prägt unser Gast schon seit bald 20 Jahren mit, auch in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin, das gemeinsam mit Meierburger die nächste Generation von Solarzellen entwickelt. Sie wissen es jetzt alle, Tandemzellen. Davon haben wir ja, glaube ich, gerade gehört. Mit großem Erfolg. An der Zusammenarbeit mit den Forschungsinstituten schätzt Gunther Erfurth vor allem die Arbeitsteilung. Denn Exzellenz entsteht dann, wenn jeder macht, was er richtig gut kann. Und ich darf Ihnen Rolf Herdi vorstellen. Er ist als Chief Technology Innovation Officer bei der Deutschen Bahn die Schnittstelle zur Industrie und Wissenschaft. Und das international. Er vertritt dankenswerterweise, wenn Sie aufs Programm gucken, haben Sie das vielleicht gesehen, seine DB-Kollegin und Helmholtz-Senatorin Daniela Gert-Thommer-Kotten. Die kann wegen einer Aufsichtsratssitzung nicht bei uns sein. Und Rolf Herdi ist kühn eingesprungen. Er stammt aus einem Dorf bei Zürich. Das finde ich sehr romantisch. Sie haben mir erzählt, dass Sie früher beim Aufwachen, beim Hausaufgaben machen, die Kühe gehört haben. Und jetzt hört der Elektroingenieur, der gewissermaßen von der technischen Schiene abgedriftet ist in Richtung Management, vor allem Züge. Ich hoffe, das war ein guter Tausch. Und eine besondere Partnerschaft verbindet ihn mit der japanischen Bahn. Und das nicht nur auf technischer, sondern auch kultureller Ebene. Der Kontakt war sehr formal, ja steif. Viele von Ihnen werden das vielleicht kennen von eigenen Reisen nach Asien. Dann gibt es einen Tipp. Singen Sie mal gemeinsam Karaoke. Da hat Rolf Herdi nämlich gelernt, dass zumindest die im Bahnsektor tätigen Japaner erstaunlich kühne Karaoke-Sänger sind. Ja, dann darf ich Ihnen Katja Mattes vorstellen. Sie ist Meteorologin und seit drei Jahren Direktorin des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Da hat sie zuvor den Forschungsbereich Ozeanzirkulation und Klimadynamik geleitet. Ihr Wissen über die Physik der Atmosphäre, zum Beispiel den Einfluss der Sonne auf das Klima bei uns, teilt sie auch mit den Studierenden der Uni Kiel. Und da hat sie sich wie zuvor auch schon in Potsdam und Berlin als Leiterin der Helmholtz-Nachwuchsgruppe Nathan verdient gemacht, um den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und eine Kooperation, über die sich Katja Mattes gerade besonders freut, ist die mit den kapverdischen Inseln im Projekt Futuro, weil nämlich die vulkanische Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas für GEOMAR ein Türöffner ist für die partnerschaftliche Zusammenarbeit auch mit Afrika. Liebe Frau Mattes, ich würde gerne Futuro, das klingt so zukunftsgewandt, deshalb möchte ich damit anfangen, wenn wir jetzt auf Kooperationen schauen, Kooperationen, die einzahlen auf das gute Gestalten der Welt von morgen. Und Futuro ist ein gutes Beispiel, denke ich, für den Wert von Partnerschaften. Können Sie uns ein bisschen erzählen, was Sie da machen und wozu Sie die anderen im Boot brauchen? Das mache ich sehr gerne. Futuro steht für Future of Tropical Upwelling Regions in the Atlantic Ocean. In der Tat ein Zukunftsprojekt, was wir planen, was 2027 stattfinden soll. Wir sind seit etwa 20 Jahren aktiv auf den Kapverden. Es gibt eine lange Kooperation und seit 2017 haben wir eine Außenstelle auf den Kapverden, die vom BMBF finanziert ist und gemeinsam mit einem Kapverdianischen Institut uns die Möglichkeit bietet, im Hotspot des tropischen Atlantiks präsent zu sein. Und wir nutzen das für wissenschaftliche Kooperationen. Wir nutzen das aber auch für einen logistischen Hub. Wir sind mit den Forschungsschiffen auf den Weltmeeren unterwegs und im tropischen Atlantik stoppt es sich ganz schön. Nicht nur, weil das Wetter meist ganz schön ist, sondern weil es eben logistisch auch wirklich interessant ist. Und wir können Capacity Development machen. Das heißt, es gibt auch einen Masterstudiengang mit elf westafrikanischen Ländern, die kommen auf die Kapverden, machen dort ihren Abschluss, gehen auf ein Forschungsschiff und lernen sozusagen auf einem deutschen Forschungsschiff, wie physikalische Ozeanografie stattfindet, welche Veränderungen der Ozean mitmacht in diesem für das Klima sehr wichtigen Region und beenden die Fahrt in Deutschland, gehen dann oft auch an Institute, nicht nur ans Geo, mal ans AVI, an die Universitäten, machen dort ihre Masterarbeit, gehen in ihre Länder zurück und bringen das Wissen, was sie erworben haben, mit und wissen sehr genau, was sie dann in ihren Ländern zum Klimawandel beitragen wollen. Okay, vielen Dank, Frau Mattes. Und Sie, Frau Leptin, beziehungsweise der European Research Council, der unterstützt solche multilateralen Forschungsansätze, Sie haben da eigene Programme von der Vermessung des Universums bis zum Maschinenraum der T-Zellen und eines dieser Programme ist Synergy Grants. Was ist das Besondere daran? Synergy Grants. Synergy Grants sind ein Förderinstrument, was zwei bis vier Forschern die Möglichkeit gibt, ein Problem gemeinsam anzugehen, das jeder Einzelne nicht lösen könnte, wie unsere Preisträger heute Abend. Das ist scheinbar gegen das Konzept des ERC. Um das zu erklären, muss ich sagen, was das Konzept ist. Viele wissen es hier, denn viele Helmholtz-Forscher haben ERC-Grants. 300, glaube ich, 387. Ich fühle mich sehr wohl hier in dieser Umgebung. Ja, das Konzept ist ja, einzelne Forscher zu fördern, gut zu fördern, über fünf Jahre mit anständigen Summen, basierend auf einer Idee, die von dem Forscher kommt. Also total bottom-up. Fundamental Forschung. Übrigens nennen wir es Frontier Research. Es ist zwar größtenteils Grundlagenforschung, aber einiges ist auch eine Anwendung. Wir fördern ja Ingenieure, wir fördern Mediziner. Aber wie gesagt, das Prinzip ist, einzelne nur basierend auf der Exzellenz ihrer eigenen Idee zu fördern. Und da hört es sich jetzt ein bisschen komisch an, wie so wieder Gruppen. Das wollten wir doch alles loswerden und extra Bedingungen. Das ist nicht so, denn auch dieses Förderinstrument belohnt hervorragende Ideen von Einzelnen. In diesem Fall sind es einzelne Forscher, zwei bis vier, die jeder einbringen, ihre eigenen Ideen und in Synergie miteinander. Das ist ganz wichtig. Es ist also wirklich, die müssen ein Problem angehen, was jeder Einzelne nicht lösen könnte, dass die dann gefördert werden. Und wir haben heute hier von unseren Politikern und von Herrn Wiesler gehört, dass die großen Probleme eben dringend Vernetzung brauchen. Und so sehen wir auch wirklich ein starkes Anwachsen von Anträgen für dieses Instrument. Es ist einfach heutzutage wichtig, dass Leute zusammenarbeiten. Aber es müssen einzelne Forscher mit guten Ideen sein. Okay, vielen Dank. Und viele einzelne Forscherinnen, Sie hatten es gesagt, es sind viele vielleicht auch im Publikum darunter, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. Ihre Mitarbeiterin hatte nachgeschlagen, 237 Menschen, die bei Helmholtz forschen, unterstützen Sie mit Ihrem Projekt. Dankeschön. Herr Herdi, Sie sind bei der Bahn die personifizierte Schnittstelle von Industrie und Wissenschaft. Und ich kann das kaum sagen, ohne Ihnen einen kleinen Einblick zu geben in den Raum, wo wir vorhin saßen. Da wurden wir ein bisschen hergerichtet. Und Herr Herdi hat ungefähr 60 Minuten Konversation bestritten zum Thema. Sie ahnen es Probleme der bahntechnischen Herausforderungen. Also auch da ein wahnsinnig intensiver Austausch von Wissenschaft und Wirtschaft. Und Herdi, ich freue mich aber sehr für Sie, dass es auch schönere Formen der Kooperation gibt. Wobei Sie sehr wertschätzend behandelt wurden, das möchte ich sagen. Er ist ja auch Schweizer. Aber wie arbeiten Sie tatsächlich bei der Bahn ganz konkret mit Forschung zusammen? Und warum eigentlich? Was ist für Sie der Mehrwert? Ja, es stimmt schon, man kommt als deutsche Bahnmitarbeiter immer sehr schnell in Gespräche mit sehr vielen Leuten. So wie ein Hund, ne? Geht immer. Das ist immer sehr schön auch, ja. Für uns sind Kooperationen sehr wichtig. Insbesondere auch die Herausforderungen, die wir haben. Wir haben sehr langlebige Assets. Unsere Züge, unsere Infrastruktur, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre. Wir haben ein sehr rigides Vergabemanagement. Und Kooperationen sind eigentlich eines unserer Hauptmittel, um Verbesserungen hereinzubringen. Um neue Innovationen hereinzubringen. Und für uns ist es sehr wichtig, sehr breit zu machen mit der Industrie. Also mit Zuliefern, mit auch Partnerbahnen. Wir gucken bei den Japanern, wir gucken bei den holländischen Kollegen. Nicht unbedingt bei den Schweizer. Und das ist sehr wichtig. Und natürlich mit den Universitäten, ja. Neue Materialien, Digitalisierung, Cyber Security. Da kommen sehr, sehr, sehr wichtige Inputs. Und es ist für uns auch ein sehr wichtiges Instrument, Talente, neue Kräfte für uns zu gewinnen und für die Bahn zu begeistern. Weil Fachkräftemangel ist ein sehr, sehr wichtiges und großes Thema bei uns. Okay, vielen Dank. Herr Erfurt, aus unserem Vorgespräch ist mir ein schöner Begriff in Erinnerung. Sie sagten, bei Meier-Burger lebt man den Humble Approach, die Bescheidenheit darin. Und Sie sagten, wir bilden uns nicht ein, dass wir alles können. Das ist wahrscheinlich schon der Schlüssel, warum Sie die Zusammenarbeit so schätzen mit der Wissenschaft. Das hat wahrscheinlich eher was damit zu tun, dass wir ja eine große etablierte Branche sind, die heute mit 95 Prozent ungefähr in China sitzt. Und China kann das auch sehr gut. Aber, deswegen freue ich mich auch riesig über die Preisträger, das Preisträger-Team, das hier ausgezeichnet wurde. Denn wir lernen daraus ein, was ein bisschen in der Debatte um den Verlust der Solarindustrie in Deutschland und in Europa in den Hintergrund getreten ist. Der Erfolg dieser Industrie ist im weitesten Sinne eine deutsche Geschichte. Ein bisschen auch Schweiz. Schweiz hat auch einen großen Anteil mit dran. Denn die Kosten für Solarzellen, die sind in den letzten Jahren nicht gesunken, weil China so stark skaliert hat, sondern weil die Technologie sich so verbessert hat. Also der Anteil an der Skalierung, an der Kostensenkung, da liegt nur bei 20 Prozent. Und 80 Prozent, das haben wir zum Beispiel dem Team zu verdanken und vielen anderen tollen Forschern in dem Land. Das ist eine Spitzenposition, die wir innehalten. Und wenn man damit ein bisschen im Humble-Approach rangeht und sich auf seine Stärken konzentriert und die Politik entsprechend unterstützt, dann kann das Thema auch in Europa wieder industriell sehr, sehr groß werden. Also die auch ein wichtiger Partner. Danke. Ich würde gerne noch in der zweiten Runde gucken, was Sie für Hürden sehen, die vielleicht ein bisschen Ihrer fruchtbaren Partnerschaft im Wege stehen. Oder um es positiv auszudrücken, was brauchen Sie, um Ihre Stärken voll ausspielen zu können? Gucken wir vielleicht lieber so darauf. Und Herr Herdi, bei Ihnen war das, glaube ich, ganz schnell geklärt. Sie haben gesagt, Geld. Geld, Geld und Ressourcen, das ist so. Der Nächste. Wir haben Herausforderungen. Meine Kolleginnen und Kollegen bei der Deutschen Bahn arbeiten sehr hart, um das zu verbessern. Wir haben kurzfristige Ziele. Wir alle fokussieren daraus. Zusammenarbeit, Partnerschaften braucht auch Betreuung. Wir brauchen Ressourcen und das ist eine Herausforderung. Und die limitierten Ressourcen, wie auch das Geld dafür aufzubringen, ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer sehr günstig, finanziell mit Universitäten zusammenarbeiten. Man braucht Geld dazu. Sie haben mir noch etwas Interessantes erklärt. Wenn Sie auch beim Konzern um Geld werben, dann müssen Sie ja einen Nutzen darstellen. Und bei Forschung ist das manchmal gar nicht so leicht, direkt mit unmittelbarem Nutzen zu argumentieren. Ja, insbesondere in der kurzen Zeit. Wir denken sehr oft in der Mittelfristplanung. Fünf Jahre, drei Jahre. Und in der Wissenschaft ein Resultat in dieser kurzen Zeit. Wir haben es bei den Solarzellen gesehen. Es braucht einfach Zeit. Und es wäre schön, wenn man den Raum hätte, ein bisschen längerfristiger zu denken. Das ist so. Also es braucht neben Geld auch vor allem langen Atem und Zuversicht und Vertrauen in die Kraft der Wissenschaft. Aber wir arbeiten dran. Das ist schön. Danke. Frau Mattes, Grundlagenforschung, das ist ja das Thema. Also wenn der Nutzen vielleicht noch etwas auf sich warten lässt. Grundlagenforschung wird oft noch mit Elfenbeinturm verbunden. Das erklärt manche Zögerlichkeit womöglich. Und könnte man sagen, gerade im postfaktischen Zeitalter ist der Transfer in die Praxis besonders wichtig. Der Transfer von wissenschaftlicher Wahrheit. Selbstverständlich. Und man braucht beides. Man braucht die Grundlagenforschung und man braucht die Anwendung und das Handlungswissen. Und der Transfer steht in der Mission der Helmholtz-Gemeinschaft. Aber wir merken das an vielen Projekten, wo wir einfach die Erkenntnisse, die wir in der Wissenschaft gewonnen haben, umsetzen können. Und was zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel nennen darf, dazu führt, Munition im Meer. Da haben wir lange, lange Jahre versucht oder nicht nur versucht, sondern auch es ist uns gelungen, die Munition zu kartieren. Genau zu wissen, wo liegt das, sind 1,6 Millionen Tonnen in der deutschen Nord- und Ostsee. Ein Güterzug von Paris nach Moskau. Und die Bundesregierung hat 100 Millionen Euro jetzt in die Hand genommen, um die Munition zu bergen. Und das ist dank der Forschung, die lange Jahre, auch über acht Jahre Grundlagenforschung passiert, ist jetzt möglich, dass man 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges wirklich anfängt, diese Munition zu bergen. Und ich glaube, das ist ein tolles Beispiel. Andere Beispiele könnte ich auch nennen. Aber ich glaube, wir haben leider nicht so viel Zeit. Das ist ein tolles Beispiel und leider ja auch von großer Aktualität. Dankeschön. Frau Leptin, wie könnte sich das wechselseitige Verständnis denn verbessern von akademischer Forschung und Unternehmen, von Wissenschaft und Industrie, damit zum Beispiel Herr Herdi leichter argumentieren kann, wenn er Geld braucht vom Finanzminister der Bahn? Ich glaube, so auf direkter Ebene gibt es da überhaupt kein Problem. Sie sagen ja, wir haben uns sehr gut unterhalten vorher und da gibt es viel Verständnis. Ich glaube auch, das Verständnis ist allgemein gewachsen. Wir haben ja gesehen, Sie haben es gerade gesagt, Grundlagenforschung ist essentiell für die Anwendung. Covid-Vaccine, also der Impfstoff ist das allerbeste Beispiel dafür. Und es gibt viele andere. Und es wird auch von der Politik gesehen, auch von der Politik in Brüssel. Es gibt den Europäischen Innovationsrat, der Transfer finanziert. Es ist vielleicht, was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass von den erfolgreichen Anfangstransferprojekten über die Hälfte, weit über die Hälfte von ehemaligen oder derzeitigen ERC-Grantees kommt. Das heißt, es ist der beste Beweis, dass gesehen wird und einfach eine Demonstration, dass die Anwendung von der Grundlagenforschung lebt. Ich glaube, da ist keine Frage. Das wird gesehen. Die Frage ist in der Verwirklichung. Wenn ich mit meinen Kollegen aus meinem Gebiet, den Lebenswissenschaften, rede, da kommen wir wieder auf das Thema Europa. Wer in Portugal was erfindet, hat erstmal eine Anwendung als Markt. Portugal und nicht Gesamteuropa. Wer in Boston was erfindet, hat die gesamte USA als Markt. Und da muss wirklich auf europäischer Ebene noch viel, viel mehr geschehen. Und ich bin sicher, da stimmen mir meine Kollegen aus der Industrie auch so. Dann nicken die. Dann fragen wir mal den Kollegen aus der Industrie. Herr Erfurt, würden Sie sagen, dass unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft das Potenzial ausschöpft, was in der Spitzenforschung liegt? Ich kann ja vor allem nur über meine eigene Industrie reden und vielleicht ein bisschen über die Erneuerbaren. Dort würde ich sagen, dass Europa sehr weit vorne ist. Wir haben es heute erlebt. Aber das gilt auch für andere Bereiche der Cleantech-Industrie. Was wir noch nicht gut machen, auf europäischer Ebene nicht und auch nicht in der Bundesrepublik, ist, dass wir auf Basis wirklich einer sehr, sehr strategischen Innovationsförderung, wie gesagt, ich spreche für meine eigene Bubble, die Erneuerbaren, dass wir daraus auch industriell was machen. Die industrielle Wertschöpfung, die Jobs, die strategische Sicherheit, wir haben es vor uns gehört, so viel Sicherheit wie nötig von Herrn Ischinger. Ich würde das mal in die Wirtschaft übersetzen, in das Zauberwort Resilienz, nämlich auch nichts anderes. Wir können aus den tollen wissenschaftlichen Ergebnissen viel, viel mehr machen, wenn die Industriepolitik Hand in Hand geht mit den Ergebnissen, die aus der Innovationspolitik entstehen. Und dort liegen meiner Meinung nach riesige Potenziale. Also ich bin immer wieder etwas amüsiert als Kurator eines Fraunhofer-Instituts, wenn wir da unsere Sitzung haben und dann kommt jedes Mal der CFO und berichtet voller Freude über die Lizenzeinnahmen aus MP3. Das sind viel Geld, sind irgendwas um die 200 Millionen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich denke dann immer daran, welchen Quartalsgewinn eine Firma wie Apple macht oder andere Unternehmen, weil sie eben eine Technologie, die eigentlich aus Deutschland kommt, industrialisiert haben, weiterentwickelt haben und Produkte daraus entwickelt haben. Und klar hat es viel mit Unternehmertum zu tun, aber das sind auch Dinge, die kann man sicher geschickt industriepolitisch noch ein bisschen weiter treiben. Und da hat Europa und seine Mitgliedsländer sicher noch ein gewisses Potenzial. Das klingt so, als ob Sie da was Spezielles im Sinn haben. Und mit Blick darauf, dass wir doch die Ministerin hier sitzen haben, ja, da sind Sie noch, vielleicht ein konkreter Punkt, Herr Erfurt. Sie müssen ja auch nicht sagen, wo Sie es herhaben, Frau Stabatzinger. Da bin ich jetzt wirklich nicht perfekt drauf vorbereitet. Also war wirklich eher ein allgemeines Statement. Ich erlebe das einfach sehr oft. Also vielleicht nochmal ein Beispiel aus der Solarindustrie. Der letzte oder der Standard, die heutige Standardtechnologie, die gerade in China größte Verbreitung findet, ist eine Erfindung der Fraunhofer-Gesellschaft. Und zwar vom Fraunhofer-Ise in Freiburg im Preisgau. Und die Wertschöpfung findet jetzt in China statt. Wir müssen uns die Frage stellen, warum das so ist. Das hat nämlich nicht unbedingt damit was zu tun, dass man dort unten einfach bei Nature günstiger produziert. Nicht in einer Industrie, die hochautomatisiert ist, die sehr effizient ist, sondern das hat viel wirklich mit Industriepolitik zu tun. Was ich sage, gilt sicher auch nicht unbedingt für jedes Produkt, aber es gibt eben die wirklich sicherheitsrelevanten Produkte, die energiepolitisch relevanten Produkte, die sich vor allem jetzt auch massiv verändern. Also alles, was Cleantech angeht, was Produkte angeht, bei denen wir wirklich Resilienz brauchen, bei denen wir auch sehen, dass natürlich sich geopolitisch einiges bewegt. Ein Flächen-Reduction-Act ist in aller Munde. Was kaum jemand mitkriegt, ist, was Indien macht, mit einer doch starken Abschottung im Bereich dieser Märkte. Und Europa hat sich da die Karten noch nicht so richtig gelegt. Das ist auf der einen Seite nicht gut. Auf der anderen Seite haben wir aber jetzt auch die Möglichkeit, mal genau zu gucken, was denn vielleicht in den anderen Regionen nicht ganz so brillant gemacht wurde, weil auch da ein Flächen-Reduction-Act viele Dinge beinhaltet, die nicht gut sind und nicht gut für die USA sein werden. Und jetzt könnte man nochmal schauen, man extrahiert the best of the best und macht das Beste daraus für Europa. Also das Umwandeln in Leapfrogging, die anderen überholen gerade, weil man gerade hinten ist. Guter Ansatz. Dankeschön. Oder auf jeden Fall einer übernehmen wir nachdenken kann. Ich danke Ihnen allen sehr, Frau Mattes, Frau Lebtin, Herr Herr, die Gunther Erfurt, herzlichsten Dank. Ja, werte Gäste, das war ein vierstimmiges, hohe Lied der Kooperation und des Transfers. Und das lassen wir jetzt noch kurz lachklingen filmisch, nämlich bevor Professor Wiesler dem Ganzen noch ein Sahnehäubchen aufsetzt. Bis gleich. I love these things. I love these things. Herr Wiesler, ich finde, dieser Film ist auch ein Award wert. Das hat man wirklich schön weggucken können. In schneller Folge. Ja, ich wüsste gerne, wir haben ja jetzt ziemlich viel Inhalt gehabt in kurzer Zeit und was davon haben Sie noch im Ohr? Was nehmen Sie vielleicht mit nach Hause? Ich glaube, zunächst mal muss man sagen, das war ein wunderbares Beispiel dafür, wie viele Anregungen wir von unseren Partnern bekommen. Von der Bundesministerin natürlich Wolfgang Ischinger ist immer ein großes Erlebnis und auch das moderierte Gespräch gerade. Was uns beiden durch den Kopf gegangen ist, Frau Stark-Watzinger und mir, jetzt gerade auch während des letzten Gesprächs, dieses Solarzellthema sollten wir wirklich ernst nehmen. Da haben wir endlich mal eine Technologie. Da hat der Abend ja was gebracht. In Deutschland entwickelt, hocheffizient, mit Rekorden, nah an der Anwendung und ich glaube, es besteht ein sehr, sehr hohes Risiko, dass auch das wieder Richtung Asien abwandert. Das könnte mal so ein Testfall sein, wo wir das für die Zukunft verhindern. Das hat mich sehr beeindruckt. Jetzt kann ich verstehen. Vielleicht können ja Herr Erfurt und die Beteiligten im Laufe des Abends ihren Dialog fortsetzen. Die Frau Seidel vermittelt dann die Schnittstelle. Wir haben den ganzen Abend über Partnerschaften gesprochen. Dank Herrn Ischinger wurde es sogar mal ganz kurz romantisch. Und wir haben über Vernetzung gesprochen. Und was die Vernetzung angeht, das machen wir jetzt auch ganz praktisch. Worauf freuen Sie sich denn heute Abend noch? Ach, ich freue mich an einem solchen Abend einfach darauf, dass wir endlich mal wieder in einem wunderbaren Kreis von ganz unterschiedlichen Partnern uns angeregt unterhalten können. Wir haben das alles schon vergessen, aber wir hatten mal eine Phase der Corona-Pandemie, wo das alles nicht mehr möglich war. Können wir uns noch daran erinnern? Ich darf vielleicht noch ergänzen, dass Sie dafür auch ein wunderbares Setting haben. Also es wird, glaube ich, wirklich ein sehr schöner Abend. Ich wüsste nicht, welche Zutat fehlt. Der Weg zum Lichthof, wo das dann stattfinden wird. Sie übernehmen die Seite, ich übernehme die Seite. Wir könnten auch als Flugbegleiter anfangen, Herr Wiesler. Auch das können wir tun. Umfassend qualifiziert. Ich glaube, der Weg ist relativ leicht zu finden. Dann lieber Arztbriefe. Ja, genau. Und jedenfalls, wenn Sie diesen schwierigen Weg gefunden haben, dann finden Sie auch die, ich sage mal, Kommunikationsinseln sozusagen das Atoll der Helmholtz-Auslandsbüros. Da finden Sie Stände zu Tel Aviv, zu Peking und Brüssel. Leute, die dort arbeiten und gerne mit Ihnen in den Austausch gehen. Und das Wunderbare ist, Sie können Peking, Tel Aviv und Brüssel auch sinnlich erfahren, weil nämlich das Buffet sich daran ein bisschen orientiert hat. Und zur Schönheit des Lichtshofs tragen auch Projekte aus dem Helmholtz-Imaging bei. Das kennen Sie vielleicht. Das sind tatsächlich Ihre sehenswerte Beispiele wissenschaftlicher Bildgebung. Und die sind alle gespeist aus Ihrem umfassenden Fundus. Also an Fotoalben mangelt es nicht bei Helmholtz. Und lassen Sie sich inspirieren. Lassen Sie sich verzaubern. Und vor allen Dingen genießen Sie die gute Gesellschaft. Und ich bin gespannt, Herr Wiesler, vielleicht findet sich ja die ein oder andere Partnerschaft heute, in welcher Form auch immer. So sollten wir das angehen. Herzliche Einladung an Sie alle. Ich will Sie aber nicht entlassen, ohne Ihnen, Frau Samrowski, herzlich zu danken. Es hat großen Spaß gemacht, den Abend mit Ihnen zu gestalten. Danke. Danke schön, Herr Wiesler. Jetzt fehlen mir mal die Worte. Vielen Dank. Danke. Viel Spaß. Damit sind die Türen geöffnet. So ist es. Ja, keine Ahnung, Frau Samrowski. Danke. Danke. Vielen Dank.